Das war's für heute. Eins, drei, zwei, aufwechseln, komm, komm, sehr schön, ächseln, vier, vier, neun, zwei, und nochmal mal schieben, go, wein, fliegt, go. Also ihr seid schnell, ich bin ja letztes Jahr mit auf dem Arzt, ich bin froh, dass ich heute immer durch muss, aber ich habe es geschafft, es hat euch viel Spaß, wenn ich mal drei Kilometer einen Stein wieder drehe. Danke! Anette, du hast dich jetzt ausgehend. Was machen Sie denn ein Eindruck?